YouTube hat mir aus Versehen zwei YouTube Playbuttons zugeschickt, denn eigentlich bekommt man den nächsten Playbutton erst ab der Million. Vielleicht haben wir Glück und YouTube hat uns einen Golden geschickt, im ersten war auf jeden Fall nur ein Silberner drin. Leute, seitdem ich 10 bin, träume ich davon und jetzt steht einfach wirklich mein Name hier drauf. Dafür bin ich echt dankbar und umso mehr frage ich mich, was jetzt in dem zweiten drin sein wird. Aber zuerst einmal den ersten aufhängen. Nice. Lösen wir das Rätsel und hier war tatsächlich auch ein Silberner Playbutton drin, aber warum? Wir haben tatsächlich zwei YouTube-Kanäle und der zweite hat tatsächlich auch schon die 100k. Findet ihr eigentlich Fabian Bagler oder Fabian Maurice Bagler hier auf Social Media als Namen besser?